Musik Ja hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Ella. Ella befindet sich auf der Meraviglia, eine italienische Kreuzfahrtlotte. Ein Jahr alt, eigentlich getauft wurde sie von Sophia Lorin. Und ich mache jetzt eine Rundreise über Großbritannien, Irland und werde für euch Land und Leute einfangen. So, mein Zimmer ist schon erstmal toll, gestärkt habe ich mich auch schon. Und im Hintergrund seht ihr die Philharmonie von Hamburg. Und um 22 Uhr läuft das Schiff aus und morgen schauen wir dann weiter. Und was heute Abend noch ist, das werde ich euch auch noch zeigen. Also, zum Wohl, Prost! Ich bin jetzt auf meiner Kabine. Ich habe eine Balkonkabine, bin sehr zufrieden, habe Hunger und werde nachher essen gehen. Ich werde für euch Clips machen über das Leben an Bord und das Leben an Land. Lasst euch überraschen. Die Ausstattung des Schiffes werde ich euch nicht beschreiben, weil dieses Video gibt es schon von Matthias Mohr und jemand anderes. Dann schaut dort rein, wenn euch das interessiert. Bis gleich. Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020